Ich muss mich für vieles entschuldigen. Seit New York ist nichts mehr wie es war. Du erlebst diese Dinge und plötzlich ist alles anders. Ich kann nicht schlafen. Und wenn doch, habe ich Albträume. Ganz ehrlich, es gibt Hunderte, die mich umbringen wollen. Ich hoffe, ich kann das eine beschützen, ohne dass ich niemals leben könnte. Frauen. Kinder. Schafe. Einige nennen mich einen Terroristen. Ich sehe mich eher als Lehrer. Lektion Nummer eins. Helden? Die gibt es nicht. Bedeutelung. WDR mediagroup GmbH